Fantastisch, es ist immer gut Zeit mit Kunden zu verbringen. Natürlich wäre es noch besser gewesen, wenn wir mehr Kunden vor Ort und auch Partner vor Ort gehabt hätten, aber super zufrieden und immerhin hatten wir einen Kunden auf der Bühne, der fantastisch für Comvolt gepitcht hat, warum wir relevant sind, warum wir die richtigen Partner sind für Datenmanagement. Absolut zufrieden. Ich hatte die Freude, eine Kundenstory zum Thema Office 365 Backup mit Metallic zu präsentieren. Ich finde es sehr, sehr gut, auch mit der Partnerschaft zwischen Comvolt und Microsoft, dass wir gemeinsam uns auch den Herausforderungen stellen können, dass wir inhaltlich ineinander passen und uns ergänzen. Ja, ich denke es war eine gelungene Veranstaltung. Schade, dass nicht mehr Leute hier sein konnten. Ich denke, das ist der Situation geschuldet. Aber mal wieder, zumindest mit ein paar Kollegen zusammen zu kommen und über Themen zu sprechen, war sehr schön. Die Sicherheit näher zu bringen, also dass das ganz, ganz relevant ist das Thema. Und ja, von der Kernbotschaft immer überprüfen, was ich tue, wie ich es tue und welche Technologie ich dafür einsetze. Das Ziel ist natürlich, die Comvolt-Marke in Deutschland noch bekannter zu machen, noch mehr Visibilität am Markt zu zeigen und natürlich daraus Pipeline zu generieren und weiter in Kontakt zu bleiben mit unseren Kunden und Prospects am Markt. Comvolt ist hier für den Data Management Markt in Deutschland. Ja, die Adaption der Cloud, das ist natürlich ein Thema, was seit Jahren schon einen Zug aufnimmt. Und von den Entwicklungen her ist es so, dass wir natürlich immer mehr Automation, immer mehr Transparenz, Monitoring bekommen und dass das halt da drin aufgeht. Ja, vielen Dank an alle Beteiligten. Ich kann nur sagen, Connection Lives Marketing Team rocks. Und gerne wieder jederzeit vielen, vielen Dank ans gesamte Team, denn so ein Event wird getragen von den Leuten hinter der Bühne am allermeisten. Vielen Dank, Tim. Bis zum nächsten Mal.